Unser nächstes Thema ist die Alzheimer-Krankheit. Unsere Bevölkerung wird immer älter und immer mehr Menschen erkranken an dieser Krankheit und werden dadurch zum Pflegefall. Nun meine Frage an die Spezialistin. Wie kann man der Krankheit vorbeugen? Schwer zu sagen. Generell wird empfohlen, auch im Alter Aktivitäten nachzugehen, die mental fit halten. Das könnte das Erlernen einer Fremdsprache sein, aber auch regelmäßiges Spielen komplizierter Spiele wie Schach oder Bridge oder auch Rätsellösen hält fit. Die traurige Tatsache ist allerdings, dass man immer noch nicht weiß, wie man die Alzheimer-Krankheit effektiv therapieren kann. Wir hoffen auf neue Ergebnisse der Forschung. Ich habe gesehen, dass du einen Artikel über streunende Hunde in Südeuropa auf deinem Facebook-Account gepostet hast. Ja, genau. Es geht dabei um Hunde, denen ausländische Tierschützer helfen wollen. Die Tierschützer haben zuerst Tierheime eröffnet. Die waren bald überfüllt, da man kaum neue Härchen für die heimatlosen Hunde finden konnte. So entstand die Idee, die Tiere ins Ausland zu vermitteln, zum Beispiel nach Deutschland. Ich hoffe, dass vielleicht einer meiner Facebook-Freunde so einen Hund adoptieren möchte. Am Wochenende ist es wieder soweit. Die Ostertage sind da. Der ADAC rechnet mit stauträchtigen Tagen. Urlauber und Ausflügler sind unterwegs und dazu behindern noch zahlreiche Baustellen den Verkehr auf den Fernstraßen und um die Ballungszentren. Betroffen sein werden besonders die Nord-Süd-Autobahnen, nämlich die A7 zwischen Hamburg und Stuttgart, sowie die A9 zwischen Berlin und München. Die beliebtesten Reisetage sind erfahrungsgemäß Gründonnerstag und Ostermontag. Fahren Sie vorsichtig und bleiben Sie geduldig. Nun kommt bald der Sommer und ich muss unbedingt abnehmen. Kannst du mir eine Diät empfehlen? Ich habe letztes Jahr die Hollywood-Diät gemacht. Die war wirklich effektiv. Also, die ging folgendermaßen. Man ist eiweißreich und gleichzeitig fett- und kohlenhydratarm. Verboten sind dabei Kartoffeln, Getreide und Getreideprodukte und natürlich Zucker. Mageres Fleisch und magerer Fisch, Salat- und kohlenhydratarme Gemüsesorten darf man essen. Und was besonders lecker ist. Als Zwischenmahlzeiten gibt es immer zwei Stunden nach jeder Mahlzeit tropische Früchte. Also ich sag dir, die Diät kann ich nur empfehlen. Ben hat Freitag, Geburtstag. Hast du dir etwas für ihn überlegt? Ich wollte dir davon erzählen, aber du musst schwören, ihm nichts zu verraten. Okay. Lucia, Marvin und ich werden nach Feierabend heimlich in seine Wohnung gehen. Ich habe ja einen Schlüssel, falls er sich mal aussperrt. Wir dekorieren alles mit Luftschlangen, so wie man das in den bekannten Filmen sehen kann. Wenn er die Wohnung betritt, machen wir uns schnell unsichtbar. Und kurz nachdem er vor Freude außer sich ist, zeigen wir uns. Und dann geht die Party los. Wie war es denn bei Jugend musiziert? Hast du gewonnen? Am Wochenende war die Entscheidung im Regionalwettbewerb. Ich hatte zwar starke Konkurrenz, aber dann bekam ich für meine Sonate von Mozart auf der Geige doch noch den ersten Platz. Vielleicht erinnerst du dich, dass ich auch in der Kategorie Gesang mitgemacht habe. Da bin ich leider nicht gut genug gewesen. Andere waren um Klassen besser als ich. Aber immerhin mache ich mit meiner Geige dann auch auf Landesebene mit und kann dann vielleicht im Bundesland Schleswig-Holstein siegen. Ich begrüße heute Professor Hauser vom Institut für Medienwissenschaften Leipzig. Ja, guten Tag. Heute geht es um Fake News. Also bewusste Falschmeldung in sozialen Netzwerken wie Facebook, Twitter und anderen. Der Gründer von Facebook, Mark Zuckerberg, gab ja zu, dass es ein Problem mit falschen Meldungen auf Facebook gäbe. Na, da hat er recht. Allerdings findet auch er es schwierig, da den Schiedsrichter zu spielen. Brauchen wir also eine Art Wahrheitsministerium? Meiner Meinung nach wäre das ein Armutszeugnis und eine Gefahr für eine liberale Gesellschaft. Wichtiger ist, die Internetnutzer zur Kritik zu erziehen. Das müsste schon in den Schulen anfangen, indem man allen klar macht, dass das bedenkenlose Anklicken von Like das Sensationelle, Unterhaltsame und Schräge gedeihen lässt. Und wo das Interesse der Mehrheit siegt, hat das Seriöse oder Schwierige kaum eine Chance. Hat das auch damit zu tun, dass Facebook Unterhaltung für alle bietet? Sicher. Ziel solcher sozialen Medien ist ja, dass der Nutzer möglichst lang auf der Website bleibt, also unterhalten wird. Kein Wunder, dass Sensationsmeldungen da schneller die Runde machen als trockene Analysen politischer Programme. Also muss der Staat da eingreifen, oder? Aufklären und die Verbreitung solcher Nachrichten bestrafen? Aber wie? Solange sich solche Fake News im eigentlich privaten Raum von Nutzern verbreiten, ist das schwierig. Deshalb eben unsere Forderung, eine Art digitale Bildung schon in den Schulen zu beginnen. Die Schulen beschäftigen sich doch viel mit dem Internet. Es gibt für alle Informatikunterricht, digitale Whiteboards und so weiter. Da muss man aber unterscheiden. Die Schulen wollen ihre Schüler zu kompetenten PC-Benutzern machen. Soziale Netzwerke gehören für die meisten Lehrenden in den privaten Bereich, nicht in die Schule. Die Jugendlichen müssten also darin unterrichtet werden, diese Meldung zu hinterfragen. Ähnlich wie wir das in unserer Schulzeit mit Zeitungsartikeln gemacht haben. Genau. Schüler müssen lernen, hinter eine Meldung zu schauen, ein kritisches Auge zu behalten und zu interpretieren, was sie lesen, auch wenn eine Nachricht im Facebook-Profil des besten Freundes steht. Nennen Sie doch mal ein Beispiel, was man sich da genau fragen soll. Man fragt sich beispielsweise, welche Beiträge im Kommentarteil gehen völlig am Argument des Artikels vorbei. Oder kann ich diese Nachricht auch in anderen Medien nachlesen? Ich verstehe. Können Sie das Erziehungsziel formulieren? Das Ziel der Erziehung muss die Erkenntnis sein, wie die neuen Medien unaufhaltsam unsere Gesellschaft verändern und stets einen gewissen Abstand zu Facebook-Nachrichten einhalten. Wahren und Falschen. Und das lernt man am besten schon in der Schule. Ich hoffe, dass uns viele Lehrende gehört haben und sich Ihr Plädoyer, Herr Hauser, zu Herzen nehmen. Vielen Dank für das Gespräch. Carsharing, ja oder nein? Zu diesem Thema spreche ich heute mit Klaus Schneider und Sandra Heuer. Guten Tag. Hallo. Ich stehe gerade vor der Entscheidung, Auto teilen oder besitzen und teste verschiedene Möglichkeiten. Dann gehörst du zu den ca. 30% der Menschen hier, die sich ernsthaft für Carsharing interessieren. Genau. Ich finde, wir sollten in unserem Gespräch unterscheiden, über welches Carsharing-System man spricht. Es gibt da nämlich verschiedene Varianten. Richtig. Soweit ich weiß, muss man bei der Carsharing-Firma angemeldet sein und kann dann über eine App immer sehen, wo Autos zum Benutzen bereitstehen. Ich meine, das stationsunabhängige Modell. Dann gibt es noch die Carsharing-Firmen, die feste Parkplätze haben, zu denen man die Wagen dann nach Gebrauch zurückbringen muss. Aber relativ neu ist die Idee des privaten Carsharing-S. Wenn man als Privatperson sein eigenes Auto zu bestimmten Zeiten für andere zur Verfügung stellt? Ja, das ist eine dritte Variante. Wie gesagt, ich probiere gerade die von Firmen angebotenen Modelle aus. Für Carsharing spricht natürlich, dass ich mich nicht mehr um den Service, den TÜV und die Versicherung usw. kümmern muss. Aber es gibt auch Nachteile. Wenn man an Berufspendler denkt, für die ist es ja ein Stress, nur Carsharing zu machen, denn man weiß nie genau, ob sich ein freies Auto in der Nähe befindet, um zur Arbeit zu kommen. Zusätzlich kann es schwierig sein, sich ständig auf andere Autos einzustellen. Im Moment finde ich das eher unterhaltsam. Außerdem hat man die Möglichkeit, je nach Fahrt die Autogröße zu wählen. Kleinwagen für die Stadt, Familienauto für Ausflüge usw. Das ist ja alles schön und gut. Aber sollte man nicht mal überprüfen, wie weit das Carsharing zum Umweltschutz beiträgt? Nach wie vor fahren gleich viele Menschen Auto. Die Abgase verringern sich also nicht bedeutend. Aber mit Sicherheit wird Platz gespart, denn ein einziges Auto benutzen ja viele Fahrer hintereinander. So könnte sich definitiv die Autoproduktion verringern. Da wäre aber die Autoindustrie nicht glücklich. Für Carsharing spricht, dass man immer mit technisch einwandfreien neuen Autos fährt, auf die man sich einfach sehr gut verlassen kann. Da stimme ich dir zu. Sicherheit im Straßenverkehr ist eigentlich das überzeugendste Argument für Carsharing. Nun, Klaus, wie wirst du dich entscheiden? Auto kaufen oder Carsharing? Das kann ich euch in zwei Monaten sagen. Dann weiß ich genau, was sich für mich lohnt. Gut, bis dann, Klaus. Vielen Dank, Sandra. Auf Wiedersehen. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich zu meinem anthropologischen Vortrag über die isolierten Völker erschienen sind. Vielleicht haben Sie auch schon auf YouTube oder in Dokumentarsendungen faszinierende Bilder aus dem Dschungel gesehen, die den ersten Kontakt zu Eingeborenen zeigen. Menschen, die wahrscheinlich nicht gesehen werden wollen, aber gesehen werden müssen, damit man beweisen kann, dass es sie wirklich gibt. Man bezeichnet diese Eingeborenen als isolierte Völker. Charakteristisch ist, dass sie bislang keinen oder nur geringfügigen Kontakt mit der Mehrheitsbevölkerung eines Landes haben. Den Schätzungen der Fachleute zufolge müsste es weltweit um die 100 solcher Völker oder Stämme geben. Die meisten von ihnen leben im Amazonasgebiet, in Peru und Brasilien. In diesem Zusammenhang benutzen Anthropologen auch den Begriff unkontaktierte Stämme, was meines Erachtens missverständlich ist, denn diese Gruppen leben in dem Wissen, dass es jenseits ihrer Lebenswelt auch andere Menschen gibt. Bisweilen hat es außerdem bereits sporadischen Kontakt zur Außenwelt gegeben, meist zu Holzfällern, Drogenschmugglern oder Wilderern. Wegen solcher Kontakte, bei denen es oft zu Gewalt und zur Übertragung von Krankheiten gekommen ist, leben sie wahrscheinlich in Angst vor der sogenannten zivilisierten Welt. Einig sind sich Forscher und Indio-Aktivisten, dass sich an dieser Situation etwas ändern muss. Denn wenn wir die isolierten Völker ihrem Schicksal überlassen, werden sie aussterben, durch Krankheiten und wegen der Konkurrenz um das Land, auf dem sie leben. Dieses Land ist kostbar, da es nicht nur teures, seltenes Tropenholz dort gibt, sondern auch Bodenschätze wie Gas und Öl. Zu diesem Problem gibt es verschiedene Lösungsvorschläge. Einer davon ist, Kontaktteams ins Leben zu rufen. Die Kontaktteams sollen aus Medizinern und aus Indios bestehen, die sich mit den isolierten Völkern verständigen können. Ziel ist, die Menschen so schnell wie möglich zu impfen, damit sie nicht an Grippe oder Darmviren sterben. So ein Unternehmen ist allerdings mit einem großen Risiko verbunden. Denn bei den wenigen Kontakten, die man bis jetzt hatte, kam es von Seiten der Eingeborenen immer wieder zu tödlichen Angriffen mit Pfeilen. Umstritten ist in Fachkreisen auch, ob man überhaupt zwangsweise Kontakt aufnehmen sollte. Wahrscheinlich würden die isolierten Völker nach dem Kontakt zur Außenwelt ihren isolierten Lebensstil aufgeben. Anthropologen möchten daher die Regierungen der entsprechenden Regionen davon überzeugen, dass sie sich für den Erhalt der Kultur der isolierten Völker einsetzen und dass deren Lebensweise so weit wie möglich bewahrt wird. Noch sind keine Entscheidungen getroffen worden, wie man einerseits den isolierten Völkern helfen kann, sie aber andererseits nicht von ihrem eigenen Lebensstil abbringt. Haben Sie vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.